in Erden im Erden mein ich und von außen weil es nicht nicht verbrauchen das mag bei dir und mir das jetzt ist es um Paul es ist der Weg doch machen macht er aber den Sturm die Würde oder wer hätte wo kann man was anmachen warum ist er live ich bin live gut, warte, dann bin ich gleich gerne Jan hast du stoppgestimmt mein Video hier ob ich Simson oder Dings machen soll Lammeschaft Videos auf TikTok TikTok? mhm wurde drauf auf TikTok hast du auch gestimmt, ne? yeah Mann, das verwandert ich stelle gerade so meine Augen an, ne? ja, das findet man nicht ne, guck einfach mal auf dein Account ah, ich werde mir auch, ich werde mir umbenennen glaube ich aber ich weiß nicht wie ähm, das ist das Problem wie hast du gefragt? ja, die machen auch Rüben, alter hey moin oder ey, warte mal, Jan ja ich nehme mich auch gar nicht um, glaube ich habe mir auch schon umgenommen, übrigens, ne? scheiße scheiße aber ich weiß, ich weiß auch nicht wie ich mich nennen soll mach mal Vorschlag hier, ob er sowieso noch nicht ändern, glaube ich doch, glaube ich doch, glaube ich ne 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 ich kann ja nicht mehr ändern muss ich bearbeiten benutzernamen ich konnte mir ändern aber ich lass ihn bei Jan Niklas 14 äh, Jan Wachholz 14 ich kann ja, ich kann ihn auch, ich kann ihn auch ändern warum nehme ich hier nur die Hälfte mit? äh, ich mag, ich bin voll, ne? ja, ich muss gucken, was machen aus dem ist das der Helfer ich bin jetzt hier gerade irgendwie mhm, keine Ahnung ey 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 darf ich sagen, was für ein Lied ich gerade höre? na Born in the USA ey und ich hab' bis morgen früh um 8 Uhr, wo ich sag' ich sieh' jetzt schon oh ne ich glaub' danach noch in der Winter oh ne Paul Endsaft alter ja, was grad gelesen hab' ich hab' Hunger jetzt ich hab' Hunger brauch' mehr gesehen schön Burger aber aber keine Sorge ich krieg' mal, ich krieg' mal ein Schindel nach man kann, man kann auch McDonalds Restaurant Goldene Möwenen wegen dem Ende ich hab' ich hab' dieses Jahr schon Meckers ich hab' ich noch nicht ich froh' nur ne, ich muss ja alles nachholen, ne? das ist ja, das ist ja Weltuntergang denn Alter, dieses Licht, du fack' mich ab fack' mich nicht ab fack' mich nicht ab fack' mich nicht ab rotes Licht ich glaub' ich glaub' ihr 30 Tagen glaub' ich, ne? ja, in 30 Tagen immer nur da sind 3 Tage noch ständig 30 Tagen, 30 Tagen, ja ja, innerhalb von 3 Tagen nur einmal geändert werden du kannst in in 1 von 30 Tagen, du ja, 30 30 Tagen du hast grad, du hast grad schon 3, wie gesagt ja, Halt-Sappel ich bin auch sehr voll, ne? ich steh' da komm ran nö so ja, immer muss essen ne Beusmann, ne? oh, was war mal Adekar, was ist ein leichter Spiel aus? heiß oh hey, Philipp, Frage an dich wenn du in Gran Turismo wirklich gecheatet hast, ne? gibst du den gecheatet auch? was? würdest du mir das auch geben? ich kann dir sagen, wie, ja wie hat Philipp Dorfsmart bestimmt auch gesagt, warum, wie, ne? ich kann dir auch sagen, wie, ja ja, hast du bestimmt wie gesagt, ich hab' dir nicht gehört du warst viel zu leise du warst viel zu leise du warst viel zu leise nein, ich hab' dir nicht gesagt, wie? ja, aber irgendwann, 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 hat du gesagt, auf jeden Fall, da warst du wirklich leise im Sprachnach ich geh' alles im Rennen nicht durch du kriegst in ein Rennen, kriegst du 3 ja nicht, das ist der Privatjahr in ein Rennen, in ein Rennen, in ein Rennen, kriegst du 93.000 naja und jetzt? ja, mal fahren, mal fahren, mal fahren, mal fahren, ich mal hat so eine Million am Arsch am Arsch da fang ich lieber mal jetzt weiter ja bei unseren kriegt man damit 300, noch was 1000 ja, und stimmt ein Auto sogar fast das drin in anderen Rennen kriegst du 9,1 Millionen wohnen wat? wo? in ein Rennen in ein Rennen ja, das ist eine Zeitung, wenn ja, das ist eine Zeitung, wenn ja, nach uns lieben nach uns lieben ja ja, irgendwann, heute Abend um halb 6 wenn Jan offen ist ja nee, das wäre mein Weg nicht n ja ey, Pille ey, Philipp weißt, was ihr zu tun ist? ey, ich kann nicht fahren, eil na egal egal ist nicht mein Träger ist das mein Träger? ja 240 Profi Plus 42 arschloch das war jetzt nicht mal sollte das ist nie diesmal nicht rausgerutscht was ist wirklich stuhl los ganz ehrlich nur mit fahrrad fahrrad 32 32 nie ich glaube das sind keine nähe von 32 ja bei pols meckes fährt komme ich mit meinem hochstellen der helfer ist fertig mit meister um also können dann die beiden jungen wir können wir jetzt noch häckseln die weizen und so weiß das hatten wir schon mal auf holland scheefeld gemacht aber woher kann ich das nicht ich kann aber jetzt machen oder nicht wenn der weiß runter ist immer er war immer bp fettkartoffeln oder was ist das da rüben ach rüben ist da so und bei mir bleib so mit rüben vom v oi die bewerber aber auch immer warmlinger gemacht da ihr ehre mann der arzt warum hat er war mir gern Mein Onkel sitzt gerade drin und ich konnte eben gerade ein Licht im Träger sehen. Ja und? Er sitzt gerade an seinem Handy. Hey, fotografier den mal. Nee, du kannst ihn nicht erkennen. Du siehst ihn ganz leicht in deinem Gesicht. Den Ares, Mann! Nee, den siehst du ja nicht. Du siehst den Träger nicht. Der ist komplett in der Dunkelheit verschollen. Alter. So dunkel ist das hier bei uns. Dunkelheit auf Nordpol. Auf Nordpol. Das ist ja geil. Auf Nordpol. In so. In Alaska. Nee, in Alaska, was? Bei Philipp, bei Philipp auch bei den auf Nordpol bist du bestimmt nicht. Da ist schon der für überall, ja. Den Mal, wo? Ich hab schon wieder Bild, Marc. Bekommen. Oh, von Henning. Von Henning. Von Henning. Äh, wie Henning. Ach, vor allem, ich hab' nicht mehr. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Oh, mal kurz neu. Du Dirk schaffst du überhaupt was, oder? Oder... ...sit zwischen mir nur am Handy? Marco, guck, 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 ding, pumpst dir, guck. Ey, Jan, warum bist du da durch? Wieso ist? Der Hälter und der... Oh, Gott. Ja, das ist Willen. Ja, das ist Willen. Marc oder Philipp, kommen eure Mülle her. Die ist voll. Jo, aber, Alter, guck dich Henning da an. Soll ich auch was sagen, aber das ist... So ne Klöte, ne? Der Henning? Ja, genau, der Henning. Ey, pass auf, der schickt dich... Nee. Der schickt dich gleich in Wattburg. Das hab ich auch. Ja, ist schon scheiße, ne? Ich hab nämlich die Warnblinker eben grad gesehen. Sicherung ist kaputt am Tricke. Gut, der Träger zu 2005. Der geht schon mal was kaputt. Und der hat 4500 Stunden, ne? Das ist geprägt, ne? Fast neu. Bei einer Torreihe, ja. Das neu. Die Fansys zum Dunkeln gar nicht, Alter. Mein Arif auch nicht, ja, gut. Mein Arif hat ja nur 116 PS, ne? Aber so viel 34 Hektar reicht halt, ja. Ja, nein, einer mit Rückenleuchten kommt. Oh, nein. Ach, das ist mit Paul los, kann der nicht fahren? Ne, der steht mitten im Weg wieder. Boah, Alter, jetzt lässt er alle... Oh, oh, oh. Bitte kotzen. Oh, mein Licht bringt auch nichts. Oh, oh. Warte, ich mach dir mal Licht. Besser so. Mann, ey. Ist dich hier... Vor allem, er bleibt auch mitten im Weg stehen. Und regt sich über Till auf. Mach doch einfach so hier, warte. Ne, jetzt sitzt ich im Trecker drin. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab's dir nicht rauskicken. Ich hab den Trecker schon hintergefahren. Oh, das ist okay. Ich hab's aber gesagt, eben. Bin mir Zeit ein bisschen schneller gemacht. Ey, ich hau... Ich hau dem... Elfer gleich eins... Nein. Und fährt in die Landbahn, Alter. Oh, nein. Ähm... Jan, der Mais wächst gerade. Und dann dritt man weiter. Egal. Ich kann auswachsen. Alter, Philipp, das ist ja richtige Millimeter, weil du hier vor mir gelegt hast. Naja. Ich hab grad einfach die Melodie vor und ich glaube, es geht schon wieder losgehoben. Äh... Äh, Marc? Soll ich mal kleinen Silo-Trigger holen? Ja. Viel von Besuch. Voll. 51 Prozent. Ja, der ist ja hängen. Voll. Och, warum... Warum fern wir hier? Warum fern wir schon nicht wirklich doppelt? Ey, da bin ich schon... ...wag... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 na klar wir hatten immer früher was man der helfer da mag sie das auch ich glaube er macht das sogar gerade er versucht Jetzt hält er an. Stop. Jetzt hält er wieder zurück? Nee, verstehe kurz. Nee, jetzt setzt er an der Bahn an. Guck mal, das ist das geile momentan. Muss ich doch erst gerade gemacht. Ja. Geil. Hab ich noch nie erlebt beim Helfer, ganz ehrlich. Und endlich mal im Wendekreis wieder. Moin. Moin. Warum hab ich den schon hochgepumpt hier, den Rüssel? Oh. Der ist schon oben. Oh, ein Helfer ausgetackelt. Oh, 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 oh. Wo mich rumgefahren. Und jetzt nämlich jetzt nämlich seine Ehre. Ehre genimmt. Als ob das genau passt, ne? Philipp, ey, guck mal, passt. respekt ein helfer und den etwas normal richtig ich habe bock auf dem roda fahren zeiten oder für spaß es kommt jetzt oder das ist laut muss jetzt müssen wir erst recht radlenkung drin machen die straße ich würde sagen weil ich zwei felder ja guck mal wir haben ein abfahrer ja das klingeln kann beides besser warum ist das schneller wenn wir immer ein feld wusste eigentlich viel verlobt der Pena der Welt schon mal in Gruppe geschrieben ich habe noch gar Zeit schon mit uns das wird eng hier mag aber nicht rein ganz knapp das ist ausgemessen die frage ist kommt kommt der krank hier durch das hat der papa das schaffst du nicht das habe ich weil wir gewerft ich werde mich hier wollen warte mal denn steht im wald einfach wasser seh ich gerade mal so überflutung mark wir fahren wir fahren auf morgen gibt mark wir fahren auf morgen bieten ich mag ich dritte jetzt wobei dritte warum ist auch einfach aber hier kommen noch von der breite nicht reingepasst am morgen hieß einfach überflutung aber mit einem forstgebiet mag das heißt bodenschonung wegen bodendruck und das ist eingefallen warum dieses wasser ist ja richtig geil geil wir sind sie auf dem feld stehen würde und wenn wir drehen normalerweise feld ein paar meter über dem wiegelt guck dir doch mal den sumpf an da mag der hinweg ich glaube nicht weil das habe ich nehme ich mache jocke gesehen die bahn hier wird fertig gefahren am blog im ende das richtige sache standard wasser langweilig aber ist geil dass sie so eingebracht haben ja dass sie keine abgestorbene bäume gesetzt haben wir sind jetzt wasser gestorben sind mich definitiv nicht und wenn noch jemand sagt zu mir das geld nicht an bäumen wächst dann weiß ich auch nicht weil geld wird aus papier gewonnen und papier ist holz ich habe einfach irgendeinen rücken muss aus von dem lieben von dem lied mit alter also der markt hinten müssen wir immer mit hundegang war das passt denn weil nicht hat wie noch ein sinken denn glaubt ihr müssen ja auch mit den container häxler erfahren ja dann wird zwar keksela mark hat so ne doch mal das müssen wir irgendwie ja schon an dem tisch für dich hallo wo bist du denn herrn war hinten moorgebiet einmal kurz abgrenzen bis ich merke dass er rüber oder durchdreht ne habe ich gehört mark ich steche mal hier durch ne mark stech mal neben mir durch ich möchte das nämlich hier abgrenzen weißt du dass es komplett gerade einmal ist dass ich denn hier hinten die kurvigen stücke nehme jetzt wird schon leicht dumpfig merke ich vorne an der aufnahme weil ich sehe die räder nicht ich fahr mal zur sicherheit ne fährst du äh ahja zur sicherheit ne auch egal wer hinten die eine bahn rüben bisschen platt war scheißegal hauptsache der rübenroder bleiben stehen ich fand nicht was ja weißt du zur sicherheit nicht dass die einzelnen gehen noch hol mal ich seck mir nicht ein nee ich lenke voller und dann haben wir fans hier ja aber ich glaub da hilft nicht mehr viel mit fans da brauchen wir schon 10 stück mag weiß wie schwer so ein ding in echt ist viel spaß ja fend ich glaub fend kriegt die glaube ich auch nicht mehr raus fend kriegt alles raus ich google mal nicht auch so ein rübenroder alles safe ich immer ich google gleich mal wie schwer so ein rübenroder ist mach ich ja und safe ich glaub safe kriegt fend raus aber schlammiger boden ja ich glaube da ein bisschen wühlen zwillingsbereitung dann geht er ja 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 jetzt hat markt denn im lundigen gebiet eh war konnte gar nicht da nicht fest wühlt ich hab ein rad rein er hat 32 32 ja so und jetzt und jetzt noch beladen 22 komplett also insgesamt 54 tonnen 54 tonnen komplett voll ja so wiegen boden na gut könnte ganz natürlich hundegang einstellen ok jan holmer kann nur das hier warte steht immer ein foto holmer holmer kann nur das hier doch kacke es war wieder zugeschickt worden ich 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 mal löschen was wir gehen nein ich fühl ja richtig ich mal zurück du du noch ein foto von rome alter wurden das jetzt hin da zwei fotos habe ich egal vorsicht holmer kommt holmer kommt holmer kommt holmer kommt nur das hier mit jan warte ja gut aber das andere ist ein grimme ne das zweite jetzt mal eine frage wie hat er das geschafft mit dem rohr also mit der auch mit dem entlade förderband genau ha ha aber der holmer sieht doch ganz gut aus ja das stimmt aber der eifelturm also der eifelturm ist nicht mehr so gut ne das stimmt der gute eifelturm ja 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 ich habe nämlich jetzt schon 95 kommen gerade noch mehr auf ja ich bin gerade 17 gefahren ja ich bin gerade 17 gefahren wo hoch das mann oder beim ernten in die überleiten so auch in die kraft nur weil der schrote der innen hat also den zieht die ganze noch mal rein im jetzt 60 prozent wieder 50 30 30 wenn du bist bestimmt gleich voll na ja ist heute hat aber alles gut reingepasst scheiße du wirst in die ausfahrt als nose da mega bohn Ja, das war nicht mehr öppend. Ja, ja, ja. Ausreden kann man sagen. Ja. Die lügen aber nicht. Moin. Ne, 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 ne. Es geht schon wieder los. Ah, da Philipp. Ja, moin. Wie schnell ist er denn? Ah, ja. Felt 50. Kippen wir noch ab. Gut. Ja, da warte. Das ist geil. Ich hatte 95. Hatt ich auch. Gut, ich hatte 97. Bei 95 hat er einmal so angestoßen. Ja, aber Phil, ich musste auch Kippen fahren. Ja, stimmt. Der dritte Diala gemacht. Oh, jetzt habe ich einen neuen Haufen gemacht. Ach, egal. Ich habe gar nicht gesehen, dass er 50 ist. Nein. Jo. Darf ich mit dem Rübenrohler noch die letzte Bahn fahren? Nein. Gut. Ich wurde ja gesagt. Bitte. Ich wollte ja gesagt. Ich habe mich vorgekommen. Hoi. Jo, hoi. Abfurt. Yalla. Mark, nimmst du gleich den letzten Streifen mit? Weil... ist er wieder weg. Jo, dann bunge ich über dich über und dann kann ich weiter machen. Dann lass den Hobel hier steigen. Jo. Du probest dich irgendwie nicht über. Ja, mit Abfeld 50 zwei Haufen. Nicht schlimm. Ja. Jack,厉害. Ja. Das war das Wasser. Musik. Kamera, gucken Sie an. Ja. Mit es nicht irgendwie auch einander, Ja. Es sind ja so viele Sägerny. Ansonsten. Nichts? Ja. Ja. Martin sieht aus. Ja. Geht nicht, schade. Für einen Pfennig? Ja, Moin. Das schaffe ich, komm schon! Schon leer? Oh, jetzt kann er nicht abpuntern. Hat er gebraucht? Pass ich zu, Junge, das war... Oh, ne, die Scheiß-Einfahrt! Keine Ahnung, ich bin einfach drückgefahren hier. Ich bin einfach hier drückgefahren, ich wollte. Keine Ahnung. Boah, wo ist denn die Ausfahrt hier? Ach da! Juh! Hä? Meisfeld! Danke, dass Jan nichts sagt! Oh, oh! Geht doch noch. Ja. Guck mal. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Nicht unser Feld. 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 Von Feldhoch, TriemenPO50. Den Europa. Den Europa. Ja. Den Europa. und die Hube vom Roller Eide Geht mal auf den Weg hier, ihr Menschen. Danke. Geht mal auf den Weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du Rübecker bist schon wieder drinnen, Marc. Drinne Runde? Ja, schon längst, Alter. Vor einer halben Stunde schon, Alter. Oh, es ist mit dem Rübeer da. Oh, wo ist denn der Rübeer da, den du mir geschickt hast? Der ist aus... Wie heißt der Dorf? Äh, Möllenberg ist der, glaube ich. Möllenberg, ja. Ja, für den LKW stürmen nicht. Ah, der LKW verliert! Aha! Der führt doch nicht. Nee, er führt nicht. Bei ihm steht 47 und bei den anderen 53. Bei mir steht... Hä? Hä, blöd. 63 für den LKW und 37 für den anderen. Nein. Bei mir ist andersrum. Nein, bei mir auch bei mir so. Seht's schon, Alter, dass du mein Bild reinmachst. Kriege ich einen technischen Anfall. Ich muss sagen, erzlichen Geilebilder, Alter, muss los. Guck dir mal Paul sein Gegner an, der weiß du, wer verliert. Ich weiß. Paul! BP gegen BP, Alter, warum nicht? Paul gewinnt, oder nicht? Oder? Ja. Bei mir steht 89, der Paul. Doch! 91 und der andere hat 9 Prozent. Oh, Herr Paul. Paul, Junge, der ist sehr voll rasiert. Ja. Ja. Ich glaubst, wie fühlt der bei den grünen LKW, äh, der untere bei mir noch? Bei mir nicht. Bei mir hat der 44 und der andere 56. Mhm. Oh, da sind sie alle, die noch, die alle raus waren. Wo sind alle? Na, in seinen komischen Dings, ja. Wann hast du mir den Geschick hier? Das ist gut, Alter. Alter! 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 Wann hat denn der neue Story? Wie war die denn? Warte mal, der Rühmen-Ecker wäre schön dran, oder? Scheiße, weißt du was soll ich drinne, ist Feier-Empfarn? Der Feld ist drin, ja. Und Feier-Empfarn wird auch schon vergeben. Mit Paul, ja. Nee, Paul ist mit BIPP. Also Feier-Empfarn, wie heißt der? Mit Franzi. Der Kollege ist mal vorbei. Mark, wer... Paul, er verlassen. Der ist stärker Klasse, äh, der fährt oder der K700? Keine Ahnung. Schick dir mal was, der Insta. Das ist ein Ui Life niemals so, wenn er anzieht, glaube ich nicht. Nee, das ist doch nicht. Weil der Feld ist geil mit dem... Nee, der zieht doch niemals den Feld weg. Weil der Feld ist geil hier mit dem Grubber hinten ran. Das ist aber nicht gut für den Reifen. Was? Ja, was die da machen, oder gemacht haben. Mit dem nicht. Hat er mal ne Story? Nö, wieeeee! Nee! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.